Unser großzügiges Apartment in der Villa Louise, mit Blick vom Bett aus auf Südchinesische Meer. Weihnachten 2019 könnte schlechter sein. Blick auf den Whirlpool im Badezimmer. Der erste Pool liegt außerhalb von unserem Ressort. Wie ihr seht, ist es wirklich sehr schön gemacht. Es ist innerhalb des Restaurants. Das ist der dritte Außenpool, den wir hier haben und ab und zu sind wir hier in dieser Anlage ganz alleine, was wir wunderschön finden.